Einen wunderschönen guten Tag, schön, dass ihr da seid. Vielen Dank fürs Einschalten. X-Factor heute NFC North. Meine Divisions heißt, wir haben Lions, wir haben Vikings, wir haben Packers und wir haben Bears alle im Video. Uns fehlen noch die West Divisions und die werde ich vermutlich beide in einem Video machen. Weil die Videos nicht besonders gut ankommen, muss ich das jetzt nicht so auf zwei Videos stretchen. Ich will aber trotzdem, dass jeder seine Division drin hat. Deswegen nächstes Mal höchstwahrscheinlich NFC und AFC West. Zum Dynasty Rating, Ranking, Turnier, was auch immer, falls ihr da Interesse dran habt, wie es gerade steht. Und ihr könnt tatsächlich noch was bewirken in der Runde jetzt. Ich nehme auf, 12.49 Uhr am gleichen Tag, an dem das Video kommt. San Jose State liegt gerade sehr zurück. Die liegen 38 zu 62 Prozent zurück gegen Hawaii. Ich habe auf Twitter nochmal gelesen, dass ich vielleicht die Info hätte reinbringen sollen, dass Hawaii nicht wirklich ein richtiges Stadion hat. Das könnt ihr euch auch gerne angucken, wenn ihr wollt. Und manche würden sich deswegen vielleicht dann umentscheiden und auf San Jose State stimmen. Deswegen wollte ich da nochmal jetzt Bescheid sagen. Ihr habt noch Zeit bis heute 20 Uhr. Dann geht es in das Finale höchstwahrscheinlich schon. Es sei denn, es ist irgendwo noch sehr knapp und ich will ein bisschen mehr Zeit lassen oder sowas. Und im anderen Spiel fügt gerade Ole Miss gegen Auburn mit 51 zu 49 Prozent. Hier wäre ich persönlich auch eher für Auburn, weil Ole Miss mir beinahe schon so zu gut ist. Aber wir wissen ja auch eh nicht, ob die dann im Finale gewinnen und was auch immer. Aber ja, falls ihr Mitglied seid oder falls ihr vorhabt, Mitglied zu werden noch, eher bis heute 20 Uhr Zeit, wie ihr das Ganze findet, weil ich da auch schon Fragen zugekriegt habe und die nicht immer einzeln beantworten will. Ihr geht auf meinen Kanal und dann habt ihr da einen Tab, der heißt Community. Und wenn ihr Mitglied seid, seht ihr da die ganzen Abstimmungen und könnt da fürs Halbfinale abstimmen. So, wir fangen an mit den Bears und hier ist es für mich Tyreek Stevenson. Ich gehe davon aus, dass er der andere Outside Corner sein wird dieses Jahr neben Jalen Johnson. Und da liegt der Hase im Pfefferbegramm, sagt man das so. Jalen Johnson ist einer der besseren, für mich einer der Best-Ten-Cornerbacks der NFL. Ich glaube, er ist so Borderline-Top-5-Cornerback in der NFL. Und das ist cool, das ist an sich schon mal sehr, sehr wichtig, dass man diesen Nummer-Eins-Corner hat. Gerade jetzt in der Division zum Beispiel, wo du natürlich gerade Justin Jefferson was entgegensetzen musst und teilweise auch Amon Russell und Brown, aber der ist halt auch sehr, sehr viel im Slot. Deswegen ist das vielleicht für Jalen Johnson ein bisschen schwer. Aber du brauchst auf jeden Fall diese Nummer-Eins-Cornerbacks, einfach weil es so, so viele Star-Receiver gibt in der NFL, die Spieler alleine übernehmen und kaputt machen können. Und das hast du in Jalen Johnson. Das Problem bei den Bears, wenn ich mir das Team angucke, liegt dann vermutlich eher halt auf der anderen Seite, weil viele Teams auch diesen Nummer-Zwei-Receiver haben. Und da wird sehr, sehr viel davon abhängen, ob Stevenson diesen Schritt nach vorne machen kann. War nicht schlecht letztes Jahr, auf gar keinen Fall. Aber ich weiß nicht, ob man wirklich die beiden schon so als richtig gutes Cornerback-Duo bezeichnen kann. Ich wollte mir eigentlich vorbereitet haben, wenn die anderen, weil ich irgendwen noch im Kopf hatte und da komme ich jetzt gerade nicht mehr drauf, wo ich gesagt habe, es sei denn, der kann an Stevenson vorbei. Aber das ist ein kleines bisschen schwer. Auf jeden Fall diese andere Cornerback-Position ist für mich die größte Ex-Factor oder der größte Ex-Factor, die größte Ex-Factor Situation. Offensiv hatte ich mir das Ganze auch angeguckt, aber das Ding ist, Caleb Williams ist ein Rookie, aber ich gehe davon aus, dass er stark sein wird. Ich weiß, dass John Ray Swift stark spielen wird. Ich weiß, dass die drei Receiver gut spielen werden. Cole Komet wird gut spielen. Die Line wird halten. Also um die Offense mache ich mir eigentlich gar nicht wirklich Sorgen. Defensiv ist es dann halt bloß, okay, wer übernimmt diese andere Cornerback-Rolle. Witzig wäre natürlich auch, wenn Jalen Jones da vorkommt. Dann hast du Jalen Johnson und Jalen Jones. Aber ich befürchte es einfach mal nicht. Und dementsprechend liegt meine Hoffnung in Tyreek Stevenson, wenn ich Bears-Fan bin. Wenn der eine gute Saison hat und der Rest der Defensen jetzt nicht auf einmal drei Schritte nach hinten macht, dann wird es irgendwo schwer, wenn ich mir den Roster so angucke, die Bears aus den Playoffs rauszuhalten. Nächstes Team sind die Packers und hier ist es für mich Rookie, Linebacker Adrian Cooper. Ihr habt vermutlich auch schon relativ häufig gehört, gerade in der Reihe jetzt, dass ich sage, wenn der in diese Rolle reinkommt oder wenn der den Ex-Factor erfüllt und dann quasi sein Potenzial ausspielt, dann hilft das Spieler XY um ihm rum, weil der dann in eine bessere Rolle gehen kann. Und ich glaube, das ist hier auch wieder der Fall. Quay Walker hat große Schritte nach vorne gemacht in seiner NFL-Zeit. Nicht nur disziplinarisch, sondern halt auch vom Level of Play. Und das gibt den Packers auf jeden Fall die Möglichkeit, wenn Adrian Cooper wirklich in diese Mike-Linebacker-Rolle reinwächst, dass du Quay Walker ein bisschen mehr Outside spielen lassen kannst, was ansonsten, glaube ich, nicht der Fall wäre. Ich glaube, ansonsten müsste er in die Mitte. Es sei denn, wenn Isaiah McDuffie zieht auf einmal sehr, sehr viel auf sich, aber ich glaube auch nicht, dass das passieren wird. Also ich glaube einfach dadurch, dass, wenn er funktioniert, Adrian Cooper funktioniert als Mike-Linebacker, hast du eine viel bessere Rolle für Quay Walker, wo du ihn dann auch mehr freier blitzen lassen kannst und so weiter, wo du ihn an die Edge stellen kannst und so Zeug. Dann kannst du McDuffie vielleicht ein kleines bisschen mehr verstecken. Ich glaube, hier wäre sogar tatsächlich der Fall noch am coolsten, dass der andere Rookie-Linebacker, Tyron Hopper, dass der auch einen Schritt nach vorne macht. Also wenn die Packers irgendwo Anfang oder Mitte der Saison ihr Linebacker-Trio auf dem Feld haben von Walker, Cooper und Hopper, dann glaube ich, ist das das Best-Case-Szenario für die Packers. Weil so Isaiah McDuffie macht seinen Job, aber Hopper hat auf jeden Fall mehr Potenzial. Und wenn der da schneller reinkommt und wenn natürlich der X-Factor, den ich für das Video habe, Adrian Cooper, funktioniert, dann ist es direkt mal ein sehr, sehr gutes Linebacker-Trio. Nächstes Team, Minnesota Vikings und hier ist es für mich Outside-Linebacker, also Pass-Rusher Jonathan Greenhardt. Die Vikings-Fans oder das, was ich so in meiner Bubble mitgekriegt habe aus der Vikings-Bubble, waren sehr, sehr happy, als er gesigned wurde. Und das Ganze auch zu Recht. So, er hat letztes Jahr ein absolutes Breakout-Jahr gehabt. Nicht nur Stats-technisch, sondern auch Level of Play. Die meisten Sacks, die er vorher hatte, waren acht, zwei Jahre vorher. Dann ist er im nächsten Jahr auch wegen Verletzungen sehr, sehr zurückgegangen. Und letztes Jahr hatte er dann zwölfeinhalb, was sehr, sehr, sehr gut ist. Das Ding ist aber, dass die Vikings mit sowohl Daniel Hunter als auch Wanham ihre beiden mit Abstand Sack-Lieder verloren haben. Ich glaube, Hunter war bei sechzehneinhalb und Wanham war irgendwo bei acht, wenn mich nicht alles täuscht. Und die Nächsten, die bei den Vikings gekommen sind, waren dann, ich glaube schon, Harrison Phillips und Harrison Smith, also dein Safety und dein eigentlich eher Run-Stuffing-Defensive-Tackle mit jeweils drei. So, das heißt, die Leading-Sack-Artists aus dem letzten Jahr, die noch im Team sind, sind die beiden mit drei. Das ist kritisch. Das heißt, man muss davon, oder nicht davon ausgehen, aber man muss hoffen, als Vikings-Fans, dass Jonathan Greener direkt auf dem Level spielen kann, wo er letztes Jahr war. Oder vielleicht sich sogar noch entwickelt, was definitiv möglich ist. Wenn er auf dem Level spielt, nice. Hast du vermutlich insgesamt immer noch einen kleinen Schritt nach unten gemacht in dem Department, bei Daniel Hunter. Wenn er sich entwickeln kann, hast du ihn eventuell adäquat ersetzt. Das wäre dann für diese Saison erstmal nur okay, weil du hast dich nicht groß verbessert. Ich bezweifle sehr stark, dass Jonathan Greenert direkt besser spielen kann, als Daniel Hunter das letzte Jahr, die letzten Jahre, wo er auch teilweise echt underrated war. Aber es wäre natürlich für die Vikings insgesamt trotzdem besser, weil du deutlich jünger geworden bist quasi. Du hast wen abgegeben, hast ein neues geholt, bist jünger geworden. Das wäre schon ein absoluter Win. Aber das muss passieren in der Vikings-Defense. Ansonsten selbst mit dem vielen Geblitze und Flores-Defense und bla 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 ist ansonsten Passrush tatsächlich ein großes, großes Fragezeichen bei den Vikings. Und nein, ich habe nicht vergessen, dass Dallas Turner da ist. Für mich ist trotzdem Jonathan Greenert der größere X-Factor. So, letztes Team, Detroit Lions. Ich werde immer ein Problem damit haben, das Level von den einzuschätzen. Gerade als so aus den ersten Jahren, als ich Lions-Fan war oder allem außer den letzten anderthalb Jahren geprägten Zeit, werde ich immer ein bisschen pessimistischer sein. Und jetzt zur Zeit frage ich mich auch so, war das letztes Jahr vielleicht so ein kleines, so ein Aussetzer nach oben und jetzt sind wir wieder nur so okay oder da, da, da. Aber ich gucke mir den Roster an und ich bin eigentlich sehr zufrieden. Und das, ein gutes Zeichen für mich ist, dass ich nicht wirklich, ähm, also außer dem, den ich nenne, noch einen zweiten X-Factor habe, wo ich sage, ah, von dem hängt sehr, sehr ab. Man könnte sagen, wenn Jack Campbell sich nicht entwickelt und nicht den Schritt nach vorne nimmt, von dem man hofft, dass er ihn nach vorne nimmt, dann war er seinen Draftposten nicht wert und so weiter. Ähm, natürlich die Cornerbacks, die neu dazugekommen sind und so, die ersten vier Cornerbacks sind letztendlich alle neu dazugekommen. Ähm, da könnte man sagen, ja, einer davon ist bestimmt ein X-Factor. Aber für mich der größte X-Factor ist Jameson Williams. Auch ein First-Round-Pick gewesen vor ein paar Jahren, hat dann Probleme gehabt, erst mit Verletzungen, dann mit der halben gesperrten Saison wegen Gambling. Ähm, aber ich bin immer noch salty deswegen. Ähm, der muss jetzt auf jeden Fall einen Schritt nach vorne machen. Nicht nur für ihn, damit er nicht als Bust gilt so, weil er ist in der ersten Runde gedraftet worden, sondern auch einfach, weil die Lions mit Josh Reynolds jemanden verlieren, der absolut nicht flashy ist, der aber eine wichtige Rolle gehabt hat innerhalb der Lions Offense, auch einfach, weil er die längste Erfahrung hatte, die längste Zeit schon zusammengespielt hatte mit Jared Goff. Und das hat man gemerkt, dass da die Chemie da ist. Jetzt über die letzten Jahre ist die Chemie mit Amon Ra's Sam Brown natürlich krass nach oben gegangen. Letztes Jahr schon die mit Sam Laporta ist krass nach oben gegangen. Ich glaube, Leute unterschätzen Calif Raymond ein kleines bisschen. Aber diese Nummer zwei Outside-Receiver-Rolle beziehungsweise, wenn du Amon Ra als Slot-Receiver nimmst, also er kann auch Outside spielen, aber er macht sein bestes Zeug halt im Slot, dann mehr oder weniger schon die Nummer eins Outside-Receiver-Rolle ist einfach nicht wirklich ausgefüllt bei den Lions zurzeit. Und das ist was, wo man sagen kann, andere Teams haben die letzten Jahre auch gezeigt, dass es funktionieren kann, beziehungsweise die Lions haben die letzten Jahre gezeigt, dass es funktionieren kann. Lions, Ravens auch, die spielen eine sehr andere Offense, aber beide eine sehr zentrale Offense, sehr über die Mitte. Slot-Receiver, Tight End, Running Back sehr viel natürlich, Run Game natürlich sehr viel. Beide mit unglaublich athletischen Quarterbacks. Und beide haben mehr oder weniger auf diese Outside-Receiver-Rolle verzichtet. Ich glaube, das wird dieses Jahr nicht mehr so gut funktionieren bei den Lions. Und du brauchst wirklich nicht mal zwangsläufig nur diesen Big-Play-Thread, von wegen, oh, ich bin schneller als ihr, ich kann natürlich vorbei rennen, sondern auch alles, was Intermediate ist, diese, keine Ahnung, 12 zu 14-Jahr-Dagger-Konzepte, also tiefen In-Routs mit einer Clearout innen drin, das wirft Jared Goff super gerne und dafür brauchst du jemanden. Jameson Williams, ein bisschen Krach mit seinen Händen, kann ich sehr relaten. Aber das ist ein großer X-Factor meiner Meinung nach für den Offensiven und damit insgesamt auch Team-Erfolg der Lions dieses Jahr. So, das war's mit dem Video, gerade für die Lions, wenn ihr dann anderen Spieler am Kopf hattet, lasst mich das gerne mal wissen, würde mich so eine Outside-Fan-Perspektive sehr interessieren. Ansonsten hoffe ich, das Video hat euch gefallen, wenn ihr aber nicht mich freuen, falls ihr ein Like da lasst, wenn ihr neue Seiten nichts mehr verpassen wollt in Zukunft, dann abonniert einfach und ich hoffe, wir sehen uns alle im nächsten Video wieder. Bis dann, ciao! Bis dann, ciao!